nicht so genauer darauf eingehen obwohl ich auch natürlich auch heute ein bisschen wer halt Lust hat mir Fragen zu stellen zu egal was also ich kann das gerne tun ich kann da gerne ein bisschen was beantworten oder falls ihr irgendwie Wünsche habt oder so was ich vielleicht sonst noch so streamen könnte oder so was natürlich in meinem in meiner Möglichkeit liegt sag ich mal oder was in meiner Möglichkeit ist würde ich das natürlich auch dann in Betracht ziehen also da habe ich kein Problem mit ne also ich nehme gerne Vorschläge an ich nehme auch gerne Vorschläge an wie ich den Stream vielleicht auch verbessern kann indem ich jetzt ich weiß nicht also ich habe jetzt gerade eine aber was habe ich da gerade gehabt eine Leitung also so die Kabels die zugeteilt wurden für den Stream lagen glaube ich bei rund 2500 KB pro Sekunde ich weiß nicht ob das jetzt wirklich ausreichend ist oder ob das in Ordnung ist oder ob das vielleicht mehr sein sollte oder so das weiß ich jetzt nicht aber wenn da irgendwie noch Vorschläge sind oder so wie man das vielleicht verbessern könnte weil ich weiß dass der Stream auch manchmal auspixeln kann und so wenn da was abgeht und so also da wäre es schon schön wenn mir da irgendwer sagen könnte woran das liegt ob man das irgendwie ändern kann weil ich habe schon Streams gesehen die waren wunderschön und sahen auch richtig gut aus und sowas und da frage ich mich halt immer wie sowas gemacht wird oder wie die Leute sowas hinkriegen weil ich weiß das ehrlich gesagt nicht ich habe da schon viele Dinge probiert aber das ging bei mir einfach aus irgendwelchen Gründen nicht das kann auch einfach daran liegen weil die ähm weil eventuell die ich weiß nicht die Übertragung von Konsole auf äh Stream oder auf den Twitch Channel oder auf irgendwas anderes vielleicht ein bisschen keine Ahnung das ein bisschen so runter nimmt ich weiß es nicht vielleicht ob das was damit zu tun hat bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher also wer aber Ideen hat oder so kann ich gerne bin ich gerne bereit da irgendwie versuchen drauf einzugehen oder halt was dran zu drehen dass es halt wieder vielleicht dass es vielleicht besser läuft oder sonst was und ihr färbt ja hier schon so viel ein ich komme gar nicht hinterher ich weiß gar nicht wie ich machen soll hier